Felix, vorab die Frage, wie geht es dir? Du hast zwischendurch aufgrund von Hüftproblemen zwei Pflichtspiele verpasst, ist alles wieder auskuriert. Ich bin topfit, habe zwischen den beiden Spielen gut gearbeitet, die ich verpasst habe und bin kerngesund und topfit. Klingt gut. Bei deiner Verpflichtung hast du gesagt, dass du froh bist, auch endlich mal wieder in Deutschland zu spielen. Ist Braunschweig für dich jetzt schon so ein Ort geworden, wo du dich wohlfühlst? Auf jeden Fall. Also die Stadt und die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich meine, es sind viele neue Spieler. Wir waren oft auch in der Stadt unterwegs, essen mit der ganzen Mannschaft und ich fühle mich wohl und bin froh, hier zu sein. Sportlich verlief der Start leider ordentlich holprig. Wie bewertest du den Saisonauftakt mit leider nur drei Punkten aus fünf Spielen? Ja, ich denke, dass wir in den ersten Spielen immer sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben und uns dafür dann halt einfach nicht belohnt haben. Und jetzt mal ein Spiel mit Fortuna Köln hatten, wo wir auch einfach schlecht gespielt haben und dann auch verdient verloren haben. So ist es. Du sprichst das Köln-Spiel an. Ihr konntet leider gar nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Was meinst du, was ist an dem Spieltag noch schiefgegangen? Ja, ich denke, dass viele verunsichert waren. Sie haben Druck gespürt, dass wir jetzt gesagt haben, wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, das wissen alle. Es wird auch in Zukunft Schwankungen geben. Wir müssen einfach gucken, dass wir in den Spielen, wo wir auch gut spielen, uns dann die Früchte abholen und die Punkte mit nach Hause bringen. Es gab auch lautstarke Kritik im Stadion für der Fans. Wie geht ihr damit um und was könnt ihr den Fans entgegnen? Ja gut, ich verstehe natürlich die Fans. Ich denke, das hat auch ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun. Aber ich verstehe natürlich die Fans, dass sie unzufrieden sind. Wir sind selber unzufrieden. Ich finde aber trotzdem, dass man da vorsichtig sein muss, das während des Spiels zu machen, weil es natürlich auch gerade auch die jungen Spieler, die sowas auch nie erlebt haben, extrem beeinflusst. Und wenn man dann so beeinflusst und negativ beeinflusst wird, dass die Jungen dann sich zu viele Gedanken machen, dann hat keiner was davon. Ist auf jeden Fall verständlich. Was auf jeden Fall festzustellen ist, ihr habt eine positive Entwicklung. Das betont der Trainer auch immer wieder. Wo liegen genau die Stärken eurer Mannschaft? Ja, ich denke, dass man eigentlich schon in allen Spielen Stärken gesehen hat. Man hat aber auch gesehen, dass wir leichte und auch viel zu leichte Fehler gemacht haben, die dann zu Gegentoren geführt haben. Aber ich denke, man hat schon im vorderen Drittel gesehen, dass wir Tore machen können, dass wir gute spielerische Phasen hatten. Man hat gesehen, dass wir kämpfen können. Man hat überall gute Ansätze gesehen, aber genau das müssen wir dann einfach jetzt auch über 90 Minuten dann komplett durchziehen und in Punkte umwandeln. Wie hat sich deine Rolle innerhalb des Teams entwickelt? Du bist jetzt etwas über zwei Monate bei der Eintracht. Positiv. Ich versuche den jungen Spielern viel zu helfen, rede mit den vielen jungen Spielern. Wir verstehen uns untereinander super. Natürlich ist auch ein gewisser Konkurrenzkampf da. Das ist ganz normal. Aber im Endeffekt ist es echt gut. Und ja, ich bin am Anpushen und überall am Aufbauen, wo ich kann und helfen kann. Merkt man auch immer lautstark im Training. Ist das auch so eine Rolle, die du einfach einnimmst? Ja, ich denke einfach, dass egal in welcher Situation du im Fußball bist, du darfst nie zufrieden sein. Du musst auch eine gewisse Aggressivität haben. Die bringe ich halt einfach von Natur aus mit. Und ja, das versuche ich zu verkörpern. Das versuche ich auch den jungen Spielern beizubringen, weil es einfach vor allem auch in der dritten Liga in jedem Spiel extrem wichtig ist. Auch am Samstag wieder. Da reist ihr zu Unterhaching, die sind Tabellenzweiter. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, Unterhaching macht seit Jahren eigentlich gute Arbeit. Wir haben nie etwas mit der unteren Tabellenhälfte in der dritten Liga zu tun. Ja, im Endeffekt müssen wir da hin und versuchen, Punkte mitzunehmen. Das ist das Ziel. Wir wollen unbedingt ein Spiel gewinnen jetzt. Wir brennen alle darauf und das geht natürlich auch nur über Kampf und Leidenschaft. Kampf und Leidenschaft sprichst du an. Was muss noch auf den Platz gebracht werden, damit es endlich der langersehnte erste Dreier ist? Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben auch dann Fehler gemacht. Wir haben teilweise schon 3-1 geführt. Dann sind wir zweimal den Rückständen hinterhergelaufen, wo wir eigentlich auch meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren. Wir müssen uns die Punkte erarbeiten und wenn wir sie dann haben, müssen wir sie auch festhalten. Und das geht über Kampf und Leidenschaft und das muss jeder verstehen und ich denke, daran arbeiten wir und das ist das Ziel, dann am Wochenende die drei Punkte zu holen. Viel Erfolg dafür. Dankeschön.